Heute möchten wir uns mit der spannenden und grundlegenden Frage beschäftigen. Was ist eigentlich Analysis? Okay, ganz zu Anfang, das wisst ihr bestimmt, wir sind hier auf dem Mathematik-Online-Tutorial. Das heißt, Analysis ist irgendwie ein Teilgebiet der Mathematik. Gut, um jetzt zu ergründen, was die Analysis genau ist, lasst uns doch einfach mal gucken, wie ihr in der Schule angefangen habt, euch mit Mathematik zu beschäftigen. Da war da ganz zu Anfang die sogenannte Arrhygmetik. Ich definiere das mal so, das ist das Rechnen mit Zahlen. Das heißt, ihr habt euch wirklich mit den Grundrechenarten beschäftigt, mit der Addition, mit der Subtration, Division, Multiplikation und so weiter, habt bestimmte Rechenregeln dafür eingeführt und habt einfach ja versucht, mit Zahlen zu rechnen. Also nochmal hier vielleicht ein ganz einfaches Beispiel dazu für ein Teilgebiet der Arrhygmetik. Das wäre zum Beispiel 3 plus 4. Na gut, und das Ergebnis, das können wir ausrechnen, das ist 7. Das habt ihr in der Grundschule gemacht, das habt ihr auch noch in der 5. und 6. gemacht mit Brüchen und so weiter. Dann kam irgendwann die Algebra. Das baut hier in diesem Fall aufeinander auf. Das heißt, ihr habt euch nicht nur mit dem Rechnen mit Zahlen beschäftigt, sondern jetzt auch mit der Algebra. Und das war dann auch das Rechnen mit Unbekannten. So definiere ich das hier mal. Das heißt, ihr wisst das, ihr könnt euch daran erinnern, das waren Gleichungen, die ihr zu lösen hattet, Funktionen, die ihr euch angeguckt habt. Da solltet ihr bestimmte Funktionswerte bestimmen, x Stellen ausrechnen. Das heißt, hier hattet ihr irgendwie neben reinen Zahlen, neben Brüchen, neben reellen Zahlen auch Unbekannte. Das heißt, hier ging es insbesondere darum, irgendwie diese Unbekannte zu lösen. Das heißt, hier mal ein einfaches Beispiel. 3 plus x gleich 7. Das wäre ein Teilgebiet der Algebra. Das wäre ein typisches Bereich der Algebra. Hier müssen wir irgendwie nach x hin auslösen. Gut, wir können dann 3 auf die andere Seite bringen und dann wissen wir, kommt x gleich 3 raus. Das ist Algebra, also Rechnen mit Unbekannten. Okay, auch dann, das war ungefähr so in der, je nach Bundesland und Schule ist das natürlich unterschiedlich. Das habt ihr aber so in der 10. bis 7. Klasse gemacht. Dann, darauf aufbauend, kam dann irgendwann in der Schule die Analysis. Und damit wollen wir uns ja heute beschäftigen. Was kann man sich unter der Analysis vorstellen? Das war dann neben den Rechenen mit Zahlen, neben den Rechenen mit Unbekannten auch das Rechnen mit der Unendlichkeit. Das heißt, hier habt ihr euch wirklich Unendlichkeitsprozesse angeguckt. Zum Beispiel bei der Differenzial- und Integralrechnung. Das Interessante dabei ist, in der Schule überspringt man aber diesen Grenzwertprozess. Man führt den nur ganz beiläufig mal ein. Ihr erinnert euch vielleicht daran bei der Ableitung. Das heißt, f' von x0. Das hat man irgendwie mal einmal mit der h-Methode gemacht. Das heißt, mit den Differenzenquotienten. Das heißt, wir hatten hier den Limes für h gegen 0 von f von h plus x0 minus f von x0 und das Ganze geteilt durch h. So ist die erste Ableitung definiert. Das habt ihr euch auch einmal angeguckt. Also ihr erinnert euch vielleicht daran, wenn wir hier irgendwie so ein Koordinatensystem hatten. Ich zeichne das hier mal gerade ganz schnell auf. Dann hattet ihr hier irgendwie eine Funktion und ihr habt euch diese Kantensteigung angeguckt. Das heißt, diese Steigung, da hattet ihr unten h zu verzeichnen. Dann hier oben habt ihr irgendwie ein f von, also das ist jetzt die Stelle x0. Das ist die Stelle x0 plus h. Dann ist diese Länge h. Dann haben wir hier x0 plus h. Und dann ist diese Strecke f von x0 plus h minus f von x0, weil das ja hier ist. Und dann habt ihr dieses h gegen 0 laufen lassen. Und so seid ihr dann wirklich von der Sekantensteigung auf eine Tangentensteigung gekommen. Und so habt ihr die Ableitung eingeführt. Aber wenn man mal ehrlich ist, in der Schule, das habt ihr einmal gemacht, dann wisst ihr, aha, diese Theorie steckt dahinter. Aber eigentlich habt ihr dann die ganze Zeit mit der Ableitung, mit Ableitungsregeln, also mit Sätzen gerechnet. Das heißt, ihr habt dann Produktrede, Quotientenregel, Summanregel. Also ihr hattet Regeln für die Ableitung. Das heißt, in der Schule, ich will das mal so verdeutlichen, habt ihr euch eigentlich nur hiermit beschäftigt. Und den eigentlich so wichtigen Grenzwertprozess, den habt ihr ausgelassen. Beziehungsweise nur einmal kurz erwähnt, aber nicht angewendet. Aber das ist eigentlich das, was die Analysis ausmacht. Nämlich diese Grenzwertprozesse. Das heißt, diesen Limes hier, das rechnet mit dem Unendlichen, also mit Unendlichkeitsprozessen. Und in der Uni, da ist der Unterschied, die Analysis hier beschäftigt sich wirklich mit diesen Grenzwertprozessen. Das heißt, mit diesen Sachen, diesen Unendlichkeitsprozessen. Das heißt, hier wird das nicht nur axiomatisch in die eingeführt, sondern hier guckt man sich wirklich an, was ist der Grenzwert? Was ist der Limes? Wie ist die Differenzialrechnung, die Integralrechnung? Wie baut die darauf auf? Das heißt, das ist wirklich die Analysis. Aber in der Schule habt ihr angefangen mit der Regmetik. Eigentlich seid ihr zu der Analysis gekommen, habt das Wichtige einmal angeschnitten, damit dann immer rumgerechnet. Und das holen wir sozusagen in der Uni, in dem ersten Semester nach. Hier gucken wir uns die Analysis an und hier holen wir die so wichtigen Grenzwertprozesse, die Unendlichkeitsprozesse nach. Ich hoffe, dass das insgesamt ein bisschen weiter gelaufen ist. Musik 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 Musik